Ich heisse Simon Schneeberger und Gitarre spielen ist meine grosse Leidenschaft. Als Berufsmusiker arbeiten dürfen ist mega cool. Ich spiele selber in einer Band, spiele auch einzelne, verschiedene Projekte und unterrichte Kinder und Teenies von der Primarschule bis in die Kante. Mein Weg kreuzt sich aber auch immer wieder mit Adonia über alle Jahre. Angefangen als Teilnehmer im Teenscamp, auch schon in der Band als Gitarrist, dann später als Bandleiter mehrmals und heute sogar als Student. Über alle Jahre durfte ich sehr viel lernen, mitnehmen und Wissen sammeln. Genau das geht es in den folgenden Videos, dass ich dir das Wissen weitergeben kann, dass du lernen kannst und dich optimal auf dein Vorspielen bei Adonia und dann auch auf der Bühne vorbereitet. Wir schauen zusammen zwei Songs an, die du wirst vorspielen müssen. Wir schauen über die einzelnen Songs an. Wir sprechen über verschiedene Techniken, sei das die Griffhand oder die Anspielhand. Und wir sprechen über Sounds für dich, was auch mega wichtig ist für uns. Zusätzlich finden wir noch heraus, wie du auch deine eigene Energie dabei bringen kannst. Lass dich inspirieren und grabe leuten. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017